Kannst du mich finden? Ja, du bist im Haus. Rein. Da ist wo halt? Ah, da oben bist du, auf dem Haus. Jetzt fällst du runter. Und jetzt kommst du hierher. Komm zu mir, du wunderschönes Eisen. Komm an! Na egal, jetzt hätte ich keinen Bock mehr. Nicht Commander. Ja, dieser Kommandant wollte ich eigentlich sagen, aber war mittendrin abgebroken. Nein, schlage ich mit Erde auf Erde ein. Hä? Weicher gehabt. What are you doing? Kannst du mir helfen? Hö. Er macht gar nichts. Keb, du kannst schon mal Redstone suchen gehen. Ja, hatte ich auch schon mal vor, aber man hat mich ja davon abgehalten, meine Expedition zu starten. Ja, solange du nicht stirbst und Redstone reichlich mitbringst. Was sind meine Reisierung überhaupt nicht? Ah, diese farbigen Menschen haben so viel Temperament, ey. Offense. Was? No fans, what the fuck? Falls ihr Trago's Adresse finden wollt, schaut jetzt in ein Impressum nach. Welch ein Impressum? Keine Ahnung. Das musst du zum Beispiel auf deiner Website angeben. Weiß. Dann darfst du keine Folgen angeben. Weiß. Ja, egal. Du hast ja irgendwann mal voll die Schlägertyp vor deiner Tür, ey. Als wenn du's nimmst. Es ist jetzt wieder dunkel. Das wird ja mich verarschen. Müssen wir wieder schlafen? Das sieht so aus. Hi, White. Das ist so cute. Pass auf, raus. Hallo. Muss nur ein bisschen besser beleuchten. Wieso sterben die, wenn sie kein Licht kriegen? Nein, aber ihr könnt dann drinnen Viecher spawnen. Die müssen erstmal hier raus. Komm zu schlafen erstmal, White. Okay, tschüss, White. Dann machen wir geheimen Trick. Hab und ich gehen schnell schlafen. Wo ist die Treppe? Warte. Hab und ich gehen schnell schlafen und White lockt sich schnell aus. I'm in bed. Ja, geh mal jetzt kurz ins Bett. Geh. Leuchten wir lieber hier und sonst fliegen gleich unsere ganzen Viecher in die Luft. Weil die kein Licht haben oder was? Oh no! Explodierende Kuh wegen mangelndem Licht. Ich hab grad voll die Orientierung verloren. Ich bin sogar nie wo ich bin. Boah. WTF? Da bin ich auch reingelaufen. Wer macht denn so was? Warum? Warum? Weil er da Kies reinmachen wollte. Falsche Richtung. Nein, ich wollte, dass dein Penis mein Po bewirft. Das ist so cool. Aber ich mag den Holzweg. Ja, ja. Ja. Aber du redest nicht. Okay. Hm. 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 Du musst mal ne Schaube. Und meine letzte Schaube ist schon wieder ausgezeichnet. Ja, hab ich mir in die Einung gesteckt. Hm. Weiter geht's mit der scheiße Arbeit hier. Wo ich nicht mal bezahlt werde. Wenn alle nicht bezahlen. Ja und, interessiert ihr mich? Pfff. Gut, Gap. Krass. Da läuft ein Creeper voll mit geiler Tarnung rum, ey. Er sieht aus wie die Lianen vom Baum. Was machen sie jetzt? Mach mich mal hier bereit für... Ravel Weg machen. Ja. Mit dem Boot und verpisst mich. Pff. No. 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 Er mag kaputzt. Er hab noch nicht mal Stein dabei. Svest That one. Serizle. Bart, wieso hast du die Kuh entkommen lassen? Was, was für ne Kuh? Ah! Bist du.. Alter! Hier, hier ist doch noch... Eckl ke Ju, ne mal Krust. Ge, hier ist doch noch einer gekillt! What the fuck, Bart? Das war ein Fehler. Das kann passieren. Gew�� Tage, er tötet unsere Kühe. Der tötet gar nichts. 3 Stück hast du gekillt. Nur weil du nicht im Schande bist Was macht Gap denn da? Das ist voll gruselig, der steht da an der Wand Und guckt die Wand an Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht Die Küche umzusiedeln Wie wär's denn mal Wenn du fragst, dann hätte ich die mit Weizen mitgenommen Oh Gap What the fuck Oh Gucke Das ist langweilig. Was? Das ist langweilig. Hast du dieses scheiß eben machen? Das ist wirklich die schlimmste Arbeit, ja. Jeps, Blueprint sieht aus wie ein Raumschiff. Ich hab mich jetzt dazu entschlossen, dass das Schafgehege als Dingens dient. Was? Als Ausgangspunkt. Wir haben nur 3 Schweine, dann geht das. Noch? Guck mal die Leute, das hätten wir nie Kühl gehabt, Drago. Ja, ich weiß. Hab schon gesehen. Ich stell mir gerade so bildlich vor, wie die per Hebel irgendwie so runtergefahren wurden. Da ging dann eine Tür nach unten auf und der Boden ist auf einmal verschwunden zur Seite und dann sind die einfach runtergefallen. Einfach eingesammt. Ja. So eine kleine dunkle Höhle, wo sie keiner mehr findet. Hab ich auch noch Stein ey, oah. Oh, jetzt geht's los. Jetzt kommen gleich die Kinder hier rein. Wieso? Haben die wieder Sehnsuchen noch nie? Die klopfen schon an der Tür. Ich hoffe, damit hat sich's gelegt. Klopfen hört auf. Vielleicht hilft es ja, wenn ich zurückrufe. Das ist jetzt. Drago, komm mal mit deinem Schweineweed her. Schweineweed? Ich hab kein Schweineweed dabei. Also womit man Schweine locken kann. Ja, Karotten habe ich keine mehr. Weil wir die jetzt alle auf der Farm verfarmt haben. Ich schließe jetzt einfach in das Loch da mit den Kühen rein. Kannst auch eine Mauer machen aus, äh, aus Dings, aus, äh, ähm, ach wie heißt das? Erde. Einfach trennen. Geno? Der Schweine will das Vieh mich verarschen. Nein! What? Was ist jetzt? Ich hatte noch drei Steine vor mir und dann geht meine blöde Pickaxe kaputt, ey. Dann, 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 dann. Amorstein und Eilen brüchst. Auf zu klopfen? Bin ich da? Das ist nicht. Wie bist ich da? Du klingst doch die ganze Zeit rum wie blöde. Ja und? Vielleicht kann es ja sein, dass ich das nicht höre, das Klopfen. Das anständige Klopfen. Ich verpasse doch scheinbar regelmäßig das Klingeln. Sonst hätte ich ja mein Paket wieder nicht verpasst. Obwohl ich da weiß, dass es in der Woche war, am Dienstag. Dienstag? Heute ist aber Freitag. Äh, am 18. Das war Mittwoch. Oh, sorry. Mittwoch. Okay, dann hast du erst heute erfahren, dass das Paket in der Dings ist. Ja, weil ich eigentlich dachte, das kommt heute erst an. Okay. Fuck. What the fuck? Was denn? No! No! Oh, Waito-san! Da ist Obe! Das ist die Schweine? Ja, wieso sind die da rausgekommen? Warte. Oh, dein Plan ist nicht richtig. Das Schweine ist, glaube ich, abgehauen. Nein, nein, nein. Nicht mit mir. I'm gonna help! I'm for the help! Aua. Da ist das Schweine. Schweinchen, komm her! You're fine! Ja, komm her! Ja, komm! Ja, fein! Wo muss das hin? Da in das Loch. Da? Nur den Kühen? Weißt du, wie schwer es ist? Egal. Warum sind da Holzfensters drin? Weil die runtergefallen sind, weil man immer taucht alles. Komm her, Schweinchen. Schieb's da rein. What the fuck? Diese Punk-Arsch, bitch. So. Au. So. Dann hole ich jetzt hier die Steine... Dings. Los, kommt los. Woher? Ja, wir müssen gleichzeitig springen. Drei, zwei, eins, los. Hat nicht geklappt, nochmal. Drei, zwei, eins, los. Hat nicht geklappt, nochmal. Drei, zwei, eins, los. Ja, du springst nur was zu spät. Drei, zwei, eins, los. Drei, zwei, eins, los. Gell. Drei, zwei, eins, los. Ja, spring doch auch los. Mach doch einfach die Treppe, Mann. Los. Er sagt los, aber springt nicht. Gell, hast du ne PKX dabei? Nö. Ah doch, wer ist das? Nein, du sollst eigentlich nur was... Oh. Ich brauche dich aber ganz kurz. Mich? Ja, ich brauche dich. Warte kurz. Ich will nur die drei Dinger hier wegmachen. Hallo. 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 Hallo, Nanjit. Hallo, mein Name ist Cole. Okay. Jetzt brauche ich von dir, dass du hier Hobbit-Musik mit deinen... ...äh... 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 Oh, nein. Okay. Meine Lieben. Freunde. Ich... ...äh... ...habe hier nicht mehr viel zu tun, weil unser Haus ziemlich scheiße aussieht. Deswegen geht Gap. Ich... ...der Kleine hier in dem Boot. Auf neue Reichen. Ich werde neue Dinge erleben. Also, tschüss Bitches. Ich bin... Ich bin weg von hier und äh... Fuck you. War grad so ne schöne Kamerafahrt noch. Ich hoffe, er stirbt unterwegs. Oh, ich komm zurück unterwegs. Da komm ich... Ach... Da kann man so ein gutes äh... ...Ding-Geräusch einbauen. Dieses äh... ...scratching-Ding. Äh... Oh. Sein Boot kaputt gegangen? Ja. Ist sein Boot jetzt ernsthaft kaputt gegangen? Oh mein Gott. Wir mussten mal kurz sein Land. Hier kriegst du seine Pick-Aggs wieder. Oh ne. Oh, Mann. Was soll ich mit der? Da wollte er jetzt wegfahren, ey. Und dann geht seine Pick-Aggs... ...äh... 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 ...äh.. ... JD Turc... Oh ja genau, ich nehm am besten noch n'bett mit. Dein eigenes? Wir haben doch noch einer, egal. Die Schweine schreien da unten, die Kühe schreien da unten in ihr Leben, ey. Das ist mein Drucker, ich hab mich grad verschrocken, ey. Irgendwas ging hier neben mir grad an. Ja, Drucker, heils Maul. Boah, Alter, ist das Ding laut! Der hatte Probleme! Wie passt das nicht so ganz? Eins, zwei, drei, fünf... Wir sind wieder dunkel! Aber ich muss das nicht machen. Bis dann, schönes. Eins, zwei, drei, vier, fünf, vier... Vielleicht sollten wir schlafen gehen? Das hättest du jetzt gerade nicht machen können, als die Tiere noch drin waren? Nein, weil die genervt haben Du hast was jetzt nur um... Vorher war das Feld, glaube ich, neun groß Neun mal neun, glaube ich Denk dran, dass da noch eine Ummausung drum kommt Ja Oh, shit